Hey Leute, im heutigen Video geht es um das Thema Selbstvertrauen im Powerlifting und was wir dafür tun können, um dieses aufzubauen. Um mal so ein bisschen Leitfaden zu geben für dieses Video, wir starten erstmal so mit dem, was ist Selbstvertrauen, beziehungsweise wie wird es in der Regel definiert, warum ist Selbstvertrauen nützlich und dann gehen wir dazu über, welche Herangehensweisen wir nutzen können, um Selbstvertrauen im Powerlifting aufzubauen. Vorab vielleicht gesagt, es gibt unterschiedliche Tools, Herangehensweisen, um Selbstvertrauen aufzubauen. Ich habe mich jetzt vor allem für zwei entschieden, um da auch mal schon mal Ausblick zu geben. Es geht einmal um eine Herangehensweise, die trainingsplanungsbasiert ist, beziehungsweise Ausführen der Trainingsplanung und dann geht es einmal um die Bewertung der Einheiten oder generell Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Was ist Selbstvertrauen? Selbstvertrauen ist das Gefühl von Gewissheit der eigenen Fähigkeiten oder dem Bewältigen einer Aufgabe oder das Erreichen eines bestimmten Outcomes. Also es ist, wie gesagt, das Gefühl von Gewissheit, dass man etwas kann. Die zweite Sache, die ich dann ansprechen wollte, warum ist Selbstvertrauen nützlich? Man kann zum Beispiel argumentieren, dass es egal ist, ob man jetzt mit Selbstvertrauen oder ohne Selbstvertrauen in den Satz geht, solange man es dann im Endeffekt absolviert. Und das ist definitiv ein sinniger Punkt. Nichtsdestotrotz halte ich es für sehr angebracht, Selbstvertrauen aufzubauen, wenn wir Möglichkeiten haben, dies auch zu tun. Denn wenn wir uns jetzt mal das Beispiel auch hervorziehen, was ich gerade genannt habe, man geht an den Satz heran mit Selbstvertrauen oder ohne Selbstvertrauen oder mit weniger Selbstvertrauen, dann wird man merken, dass die Einstellung, mit der man an den Satz rangeht, einen großen Einfluss haben kann auf die endgültige Performance. Können wir mal so ein kleines Gedankenspiel auch durchführen. Sagen wir, wir haben jetzt einen Athleten, der hat als bisheriges 1RM 200 gebeugt. Aber die ist schon ein bisschen her, sind schon ein paar Monate her. Die waren super, super, super schwer. Hat jetzt in den letzten Monaten einen super Fortschritt gemacht. Und soll jetzt heute, weil er befindet sich gerade wieder in der Wettkampfvorbereitung, einen Single beugen für eine RP8. Und die Range oder das Gewicht, was sehr wahrscheinlich sinnig wäre zu wählen, wären 205 ungefähr. Also über dem PA und er hat seitdem nicht mehr 200 plus angefasst. Und dann können wir jetzt einmal gegenüberstellen, wenn wir eine Person haben, die recht viel Selbstvertrauen jetzt in diesen Lift hat, in den Liftbeuge und in das Bewältigen der Aufgabe 205 Kilo bewegen. Im Vergleich zu einer Person, die kein oder wenig Selbstvertrauen hat, was den Beugelift und das zu bewegende Gewicht angeht. Heißt, man kann so vielleicht auch Gedanken zusammenfassen. Die Person, die vielleicht nicht ganz so viel Selbstvertrauen hat, hat Gedanken von Shit, ich habe noch nie mehr als 200 Kilo gebeugt. Die 200 Kilo letztes Mal waren schon sackschwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Eventuell kommt dann auch so der Gedanke dazu. Ich performe generell relativ schlecht, in Anführungszeichen, bei höheren Lasten. Beuge ist der Lift mit meinen meisten Unsicherheiten. Wie auch immer, kann viel zusammenkommen. Und dem gegenüber können wir mal jemanden stellen, der recht viel Selbstvertrauen in seine Beuge und jetzt auch in die 205 Kilo hat. Der wird sehr wahrscheinlich recht positive Sachen im Vordergrund haben. Zum Beispiel, ich habe in den letzten Wochen super, super gut Fortschritt gemacht. Dann wird er sehr wahrscheinlich auch zeitlich nahegelegene Erfolge auch heranziehen. Zum Beispiel, ich habe letzte oder vorletzte Woche 197,5 für ein Single at 6 bis 7 gebeugt. Meine Beuge fühlt sich sicher an. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das gleiche Gewicht. Jetzt kann man sich ja selber ausmalen, ob es einen Einfluss haben wird oder haben könnte auf die schlussendliche Performance. Selbst wenn es jetzt nicht der Fall sein sollte, dass es im Endeffekt zu unterschiedlichen Outcome kommt, dass zum Beispiel die Person mit mehr Selbstvertrauen den Lift schneller bewegt hat oder wie auch immer, wird es insgesamt die deutlich positivere Erfahrung sein. Also der Prozess hat mehr Freude, es sind mehr positive Gefühle dabei. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass wir immer positive Gefühle haben müssen oder sollen. Aber wenn man die Wahl hat, das Ganze so ein bisschen zu beeinflussen, ist der Prozess deutlich schöner mit positiven Gefühlen, mehr Freude, Sicherheit über Outcome und generell mehr Zuversicht auf Erfolg statt Angst vor Misserfolg, wie es jetzt wäre, wenn Selbstvertrauen eher niedrig ist. Grundpfeiler gelegt erstmal, was ist Selbstvertrauen? Das Gefühl von Gewissheit über Outcome, eigene Fähigkeiten, bewältigen eine Aufgabe. Und wieso ist es nützlich? Weil die Einstellung, die Herangehensweise an den Satz oder was auch immer, eine andere ist, eine positive, eine zuversichtlichere. Und dann können wir auch schon darüber reden, welche zwei Herangehensweisen ich jetzt rausgepickt habe, die ich bei meinen Leuten im Coaching regelmäßig wähle, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das war ja einmal Trainingsplanbasierte und das Ausfüllen der Trainingsplanung, also dort die Herangehensweise und dann einmal Bewertung von Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal. Bevor wir uns da jetzt gleich darauf zubewegen, würde ich gerne nochmal so ein gängiges Szenario einfach mal in den Raum werfen, weil das Video kommt jetzt ja direkt vor der Deutschen Meisterschaft Kraft3-Kampf 2022 raus. Und es ist recht typisch, dass vor allem vor Wettkämpfen ein paar Lifts bei rumkommen, die sich vielleicht nicht so bewegt haben, wie man es gerne hätte, oder die sich einfach auch gar nicht bewegt haben. Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, wieso das so ist. Häufiger Grund, den ich bei einigen Athleten sehe, jetzt nicht nur von mir, sondern generell, wenn man mal so schaut, dann ist es so vor allem, man kommt aus einer Zeit heraus, in der man sich auch ein paar PAs abholen konnte, geht dann in eine Phase rein, in der man Singles hat und die auch ein bisschen schwerer macht. Und dann kommen schnell so die Gedanken von, wenn ich XY-Gewicht jetzt schon in der Prep vorher bewegen kann, zu vielleicht der und der Geschwindigkeit auch, dann kann ich auf dem Wettkampfgewicht XY bewegen. Auf jeden Fall mehr als diese Last. Zum Beispiel, man hat Woche 1 Hebesingle at 8 ungefähr, oder Woche 2, wie auch immer, hebt 245 für einen Single. In Woche 2 oder 3 ist auch ein RP-8-Single geplant. Man entscheidet sich aber dafür, 2,50, also einen 5-Kilo-Step zu wählen und bewegt die dann für so eine RP 8,5 bis 9. Also ist auf jeden Fall schon eine gute RP drüber und hat dann auch für Woche 3 oder 4 und vielleicht auch die letzte schwere Woche vor dem Wettkampf einen Single, der vielleicht so at 8, 8,5 geplant ist. Also in dem Szenario würde es vielleicht sinnig sein, 2,50, 2,52,5 zu wiederholen. Natürlich alles abhängig davon, wie das Warm-Up lief und demnach die Entscheidung zu treffen. Dann kommt, schleizt sich aber so vielleicht der Gedanke ein von wegen, wenn ich mir jetzt schon den PR abhole, den ich ganz lange im Kopf habe oder der sich auch vielleicht auch erst vor kurzem in meinen Kopf eingebrannt habe, wie zum Beispiel 2,60, kann ich am Wettkampf bestimmt mehr Last bewegen und habe schon mal Erfahrung damit gesammelt. Also das sind gängige Gedanken, die jetzt nicht unbedingt super sinnig sind, aber die gängig sind. Dann werden 2,60 beladen und bewegen sich nicht. Kommt nicht vom Boden hoch. Also perfekt, ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf vielleicht oder wie auch immer, ein paar Wochen davor. Gefailter Lift mit 2,60, die Zahl die ganze Zeit schon im Raum stand, Frustration ist super groß und Selbstvertrauen geht den Bach runter. Vorab will ich dazu aber nochmal sagen, dass es auch mal passieren kann, dass man einen Lift fehlt, den ich hochbekomme. Und das kann auch seine Learnings mit sich ziehen, die recht sinnig sind. Oder um da mal so ein Beispiel zu geben, wenn man vielleicht jemand ist, der Probleme hat, Angst zu überwinden und einen Lift anzugehen, ist oft das Einzige, was hilft, erstmal natürlich Selbstvertrauen aufbauen, worüber wir hier heute reden, aber dann vor allem das Aussetzen von okay, ich habe jetzt zwar Angst, Respekt, ich gehe trotzdem rein. Und dann kann es natürlich auch mal dazu kommen, dass man den Lift nicht packt. Und das gehört einfach dazu. Und dann geht es auch darum, wie man damit umgeht. Wollte ich nur mal vorwegnehmen, Liftfällen ist in Ordnung, kann aber vor allem in so einer Phase direkt vor dem Wettkampf Selbstvertrauen erstmal ein bisschen durcheinander bringen, sage ich jetzt einfach mal. Und da sind wir schon bei einem Konzept, was recht wichtig sein wird, jetzt auch für das Video, vor allem so für die Bewertungspart. Selbstvertrauen ist kein Konzept, was rigide ist. Also es ist nicht so, man hat jetzt einmal Selbstvertrauen und dann ist es so, sondern es ist super abhängig von den Erfahrungen, die man sammelt, wie man das Ganze bewertet. Also es schwankt. Und man muss recht viel dafür tun, um das Recht hoch zu halten. Bevor wir aber gleich über Bewertung von Ereignissen reden, würde ich erstmal den Fokus auf Trainingsplanung und Ausführen der Planung richten, was das Aufbauen von Selbstvertrauen angeht. Und da möchte ich gerne drei Aspekte herausstellen, die meiner Meinung nach super sinnig sind, um Selbstvertrauen aufzubauen. Was die Planung angeht und das Absolvieren der Planung. Das ist einmal das langsame Progressieren von Last. Wer hätte das gedacht? Zweitens das Planen von Warm-Ups, die ziemlich nah an der zu bewegenden Last sind, also die Richtungsweisen sind. Und drittens das Implementieren von Variationen, die gewährleisten, mit einer recht hohen Last zu trainieren, dass man schon mal das Gefühl hat, so eine Last auf dem Rücken zu haben, in der Hand zu haben, wie auch immer. Ich meinte jetzt ja schon, Selbstvertrauen ist nicht starr, das ist nicht gegeben und dann sitzt das, sondern wenn wir ein paar positive Erfahrungen haben, ist es oft so, das steigt. Wenn wir dann ein, zwei negative Erfahrungen haben, sinkt es wieder. Also um mal über den ersten Aspekt zu sprechen, das langsame Progressieren von Last. Damit wollen wir im Endeffekt erreichen, dass wir langsam unsere positiven oder positiv-neutralen, in Anführungszeichen, kommen wir nochmal, was die Bewertung angeht, dazu, sammeln, 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 versuchen, so gut es geht, Gewichtsentscheidungen zu treffen, die sinnig sind, die angemessen sind, für den jeweiligen Tag möglichst keinen Lift zu failen und mehr und mehr positive Erfahrungen einfach zu sammeln in unserem Selbstvertrauen-Bank-Account. Kommen wir gleich nochmal zu, was das für ein Konzept ist. Und ich bin ein riesen Fan davon, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Athlet, Athletin zu Athlet, Athletin unterschiedlich, aber ich bin ein Fan davon, recht früh anzufangen, wenn wir uns jetzt mal eine Wettkampfvorbereitung angucken, früh zu singeln, möglichst früh Erfahrungen zu sammeln mit moderat hohen Lasten und diese schnell zu bewegen, beziehungsweise bewegen zu können. Es ist nämlich recht befriedigend, nachdem man eine längere Zeit hatte, in der man gut Fortschritte in anderen Wiederholungsbereichen machen konnte, Triples, Vierer, Fünfer, wie auch immer, man merkt, okay, der Trend ist recht in die Richtung, dass man PR setzen kann. Wenn man dann, sagen wir, 22 Wochen out oder 20 Wochen out vorm Wettkampf dann schon mit Lasten reinsteigen kann, Singles, die relativ nah dran sind an der alten Bestleistung. Und diese dann schnell zu bewegen. Sagen wir mal, wir haben zum Beispiel, ich habe einen Athleten, der hat letztes Mal 250 gehoben, wir starten 20 Wochen out rein in Single mit 225, 235, das ist schon relativ nah dran, sage ich jetzt einfach mal, und bewegen die dann auch schnell. Wir werden dann auch mit, wenn wir dem Athleten 225, 30 frequent aussetzen, erstmal in der Anfangszeit, so weit weg vom Wettkampf, werden die sich irgendwann ziemlich schnell bewegen. Und das ist eine recht positive Erfahrung, so ein Gewicht so schnell bewegen zu können. Um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen von einem Athleten von mir, der sich gerade auf die Junioren-Deutsche Meisterschaft vorbereitet, Grüße gehen raus an Janik. Wir haben 22 Wochen vor der DM angefangen zu singlen und ich kann ja mal so ein bisschen die Lastenprogression darstellen, wie wir das Ganze gestaltet haben. Das Gute ist erstmal, Janik hat sich dafür entschieden, dass wir sagen, okay, es sind einfach festprogrammierte Singles, heißt, Janik geht rein in die Einheit, absolviert den fest angesetzten Single mit dem und dem Gewicht, macht nicht mehr, macht nicht weniger, außer vielleicht mal ein beschissener Tag, aber wenn man das richtig plant, ist das eigentlich oft immer machbar, sollte zumindest in der Regel immer machbar sein, soweit man das natürlich beeinflussen kann und absolviert dann weiter sein normales Training. Also wir haben 22 Wochen vorher angefangen zu singlen, ich habe ein paar, also ich habe nicht alles an Footage davon, aber ich versuche es dann mal auch gleichzeitig hier zu zeigen. Wir haben gestartet, dafür muss ich hier einmal hingucken. 2,35, 2,40, 2,45, 2,50, 2,40, 2,50, 2,60, 2,35, 2,50, 2,60, 2,70, am Ende dann nochmal 2,80, da war dann nochmal ein kleiner Ausreißer drin, weil es sich ganz gut angefühlt hat. 2,55, 2,70, 2,80, das war jetzt 22 Wochen out, bis jetzt gerade 5 Wochen out, 4 Wochen out, lass mich nicht lügen, gerade ein bisschen falsch auf dem Schirm, aber so in der Range. Heißt ungefähr, wir hatten von Block zu Block so einen Anstieg von guten 10 Kilo, wir sind aber anfangs sehr entspannt reingegangen. Also Ende des ersten Blocks, in dem wir die Single-Ups integriert haben, dann 2,50, darauf folgender Block 2,60, darauf folgender Block 2,70, eigentlich geplant, Janik hat dann nochmal 2,80 gehoben. Also man sieht recht gut, von Anfang vor 22 Wochen, nicht ganz, 22 Wochen, 17 Wochen, wie auch immer, hier gestartet mit 2,35, alles hochbewegt, dann wieder langsam runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ganz langsam angestiegen, einfach absolviert, viel positive Erfahrungen gesammelt, kein Lift gefailt, sehr viel Selbstvertrauen im Heben, was auch darauf schließt, dass er dann die 2,80 gepickt hat, in den letzten Blocks, und die sich auch gut bewegt haben. Also ja, Punkt 1, langsames Fokussieren von Last, vor allem für die Singles. Der zweite Aspekt, geht da auch so ein bisschen mit einher, also das Planen von Warm-Ups, die recht nah an der zu bewegenden Last des Tages ist. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Single mit 2,50 auf dem Zettel, den letzten Warm-Up vielleicht Richtung 2,35, 2,40 sogar zu gestalten, weil wir damit gewährleisten, dass wir keine Gewichtsentscheidung für den Tag treffen, die nicht absolvieren können, also dass die Last dann zu schwer ist, dass wir das nicht anheben können, die Last, mal wieder bezogen auf das Heben gerade. Oft ist ja so die Befürchtung, dass dann dadurch, dass wir den Single dann recht nah an dem zu bewegenden Top-Single des Tages absolvieren, dass es dann irgendwie viel Kraftverlust gibt. Das ist in der Regel nicht der Fall, wenn wir genug Pause zwischen dem letzten Warm-Up und dem Top-Single haben. Der Benefit ist einfach riesig, den wir dadurch gewinnen. Wenn sich dieser letzte Warm-Up auch extrem gut anfühlt, hast du nochmal eine positive Erfahrung vorher gesammelt, die ziemlich nah an diesem Satz dran ist und dann gehst du mit deutlich mehr Confidence ran an den Top-Single. Wenn die sich scheiße bewegt haben, kannst du nochmal anpassen, vielleicht weniger Last wählen für den Top-Single, kriegst die aber auf jeden Fall hoch und es ist keine negative Erfahrung in der Hinsicht, dass Frustration groß ist und Selbstvertrauen sinkt. Dritte Sache, die trainingsplanungsbasiert ist, ist das Implementieren von Variationen, die hohes Gewicht gewährleisten. Das wären also so Sachen wie Reverse Bandit, Beuge, Slingshot Bank, Blockpuls vielleicht auch. Das heißt jetzt nicht, dass es für jeden oder für jede eine sinnige Herangehensweise ist, das so zu gestalten. Also dass jeder, also das ist auf jeden Fall auch nicht so bei mir, dass jeder in einem Coaching bei mir irgendwie Impeaking oder in der nahen Vorbereitung plötzlich eine Variation drin hat, wo wir sehr hohe Lasten bewegen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool. Vor allem, wenn man recht viel Zweifel mit so hohen Lasten hat oder recht viel Angst entsteht, dass man dem Ganzen so ein bisschen die Angst nimmt, weil man, wenn man jetzt nochmal den Reverse Bandit Beuge plant, hat man schon mal recht viel Last auf dem Rücken gehabt und wahrscheinlich auch Last, die dann dem ONRM entspricht, ohne Reverse Bands, ohne Bänder. Und das gibt einem halt recht viel Zuversicht von wegen, okay, ich habe die jetzt schon mit in dieser Variation gebeugt und vielleicht sogar für zwei Raps, das kann auch gut sein. Also werden die sich auf dem Rücken schon mal nicht super erschlagend anfühlen und ich habe mehr Zuversicht, dass ich das gut durchbekomme. So, das haben wir Trainingsplanung und Ausführungen der Trainingsplanung. Kommen wir zum Bewerten. Ich habe ja schon mal so ein ganz kleines Konzept von mentaler Bankaccount, Selbstvertrauensbankkonto angesprochen. Und zwar ist es im Endeffekt so, dass jede Erfahrung, die wir erleben und zusätzlich, wie wir diese bewerten, unser Konto auffüllen kann, was Selbstvertrauen angeht oder lehren kann. Und ich finde diese Vorstellung von diesem mentalen Bankakkort super nützlich, weil uns diese Vorstellung vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle darüber gibt, dass wir selbst dafür verantwortlich sind und uns das zeigt, dass wir selbst verantwortlich sind für unser Selbstvertrauen. Also wir können aktiv was dafür tun, um dieses Konto zu füllen, um mehr Selbstvertrauen zu haben. Und wir können aktiv was dafür tun, dass uns gewisse Erfahrungen nicht unser ganzes Konto leerziehen, also unser Selbstvertrauen lehren. Was wir im Endeffekt tun wollen, um den mentalen Bankaccount zu füllen und um zu verhindern, dass gewisse Erfahrungen unser Bankaccount lehren, um als Grupp zusammenzufassen. Wir wollen vermehrte Dinge in den Vordergrund rücken und bewerten, die positiv liefen. Wir wollen Erfahrungen, die nicht ganz so liefen, wie erwünscht, rationalisieren, emotional rationalisieren. Und wir wollen alte Erfolge heranziehen. Und im Großen und Ganzen wird es dann langfristig darauf hinauslaufen, eine Perspektive zu entwickeln, unseren mentalen Filter. Also wir haben Erfahrung, das ist der Filter, Erfahrungen laufen durch und dann haben wir immer die Möglichkeit, der Filter ist dann unsere Bewertung der Erfahrung. Den mentalen Filter, also wir haben im Endeffekt dann die Möglichkeit, den mentalen Filter langfristig gesehen, so zu trainieren, dass wir vermehrt positive Erfahrungen wahrnehmen, und die dann im Endeffekt unser Selbstvertrauen stärken. Um das mal an einem Beispiel zu demonstrieren, ein gefailter Lift, weil wir jetzt schon viel über Lifts gesprochen haben, die nicht vom Boden hoch gehen, beispielsweise, ein gefailter Lift kann unser Selbstvertrauen komplett killen, wenn wir das vor allem auch auf uns selbst beziehen, auf unsere eigenen Fähigkeiten, aber es kann auch weniger Einfluss haben auf unser Selbstvertrauen. Wenn wir das Ganze zum Beispiel externalisieren, Gründe heranziehen, wieso es nicht so gelaufen ist, sodass wir erstmal dann einen Lösungsansatz haben und es wie gesagt nicht internalisieren. Heißt 250, heißt der Gedankengang könnte zum Beispiel dann sein, 250 Kilo heben, sind jetzt nicht hochgegangen, das lag vor allem an, Ernährung war vielleicht die letzten Tage nicht so fein, Schlaf war nicht so fein, das sind die Gründe und dann kann man sich noch in den Kopf rufen, okay, das war jetzt nur in diesem Moment, in diesem einzelnen Moment, limitiert auf diesen Moment, dass die 250 Kilo nicht hochgingen, nächstes Mal hole ich mit ihr. Und das macht einen ganz anderen Unterschied, je nachdem wie die Perspektive auf so ein Ereignis ist, wie viel uns das an Selbstvertrauen dann kostet. Also die drei Punkte, um Selbstvertrauen stetig, regelmäßig aufzubauen, das Konto zu füllen, negative Erfahrungen möglichst daran hindern, unser Konto zu lehren, sind die drei Aspekte, Erfolge aus der Vergangenheit heranziehen, ein Bewertungsprotokoll nach den Einheiten heranzuziehen, welches unser Selbstvertrauen aufbaut und negative Ereignisse zu rationalisieren. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt Punkt 1, Erfolge aus der Vergangenheit heranziehen, dadurch aktiv Gedanken reinzubringen in unseren Kopf, die unser Selbstvertrauen aufbauen können. Und da macht es super viel Sinn, sich zum Beispiel den letzten dicken PR vor Augen zu führen, die Fähigkeit, dass man das geschafft hat, vielleicht auch Dinge heranzieht, indem man in einem Lift besonders kompetent ist, ob es jetzt eine sehr effiziente Technik ist oder generell, wie sich ein Lift immer anfühlt, wenn es sehr positiv ist. Also alles, was sowohl Erfahrungen, die erst vor kurzem stattfand, als auch vielleicht ältere Erfahrungen, alles heranzuziehen, was ein großer Win war. Nummer 2 war ja ein Bewertungsprotokoll zu erstellen für die Einheiten und da gibt es ein recht cooles System von Nate Zinser, in dem man den Einsatz, Erfolge und Fortschritt von den Einheiten bewertet. Also wir haben jetzt eine Trainingseinheit und nach der Einheit oder einen Tag später, wie auch immer, man sucht sich da regelmäßige Termine raus, sage ich jetzt einfach mal, plant sich das ein, dass man sich auch aktiv die Zeit nimmt dafür, sein Training zu bewerten und bewertet dann erstens einmal den Einsatz. Wann habe ich in dieser Einheit hohen Einsatz gezeigt? Also positiv, großer Win, füllt das Konto. Ich habe mich enorm angestrengt bei der Beuge. Es wurde schwer und ich habe trotzdem durchgepusht. Wann habe ich in der Einheit heute Erfolg erfahren? Oder was lief heute insgesamt sehr positiv? Ebenso Win, füllt das Konto. Wo habe ich in der heutigen Einheit Fortschritt verzeichnet? Muss nicht mal ein Competition Lift sein, muss nicht mal eine nahe Variation sein, kann vielleicht auch ein Curlt, Rezept drücken, wie auch immer sein, in der man vorangeschreitet ist und sich vielleicht sogar ein PR gesichert hat. Ebenfalls Win füllt das Konto. Der dritte Aspekt war ja Rationalisieren von eher negativen Erlebnissen oder eben Externalisieren. Wichtig zu dem Punkt vielleicht noch kurz zu sagen, es geht jetzt nicht darum, Ereignisse, die nicht so waren, wie man es sich gewünscht hat, also ein gefällter Lift oder wie auch immer, irgendwas war viel zu schwer, dass wir das einfach, dass wir uns täuschen, also so tun, als wäre das nicht passiert, sondern das bietet ja auch auf die Möglichkeit, was daraus zu lernen, wie ich auch vorher schon meinte, aus so einem gefällten Lift oder wie auch immer, da lässt sich oft auch einiges lernen. Aber es geht vor allem um den Umgang mit diesem. Es kann einen super, super stark, hart fertig machen, sowas, je nachdem, wie man das Ganze, wie die Perspektive drauf ist. Oder man kann die Erfahrung wahrnehmen als Erfahrung und dann auch gewisse Learnings herausziehen und so zwei, ich sage jetzt mal, zwei Aspekte heranziehen, dass die Erfahrung weniger Impact hat auf das Selbstvertrauen. Und das wäre erstens einmal, die Erfahrung als temporär beziehungsweise limitiert zu sehen, wie ich vorhin schon meinte, dass es jetzt nur in diesem Moment passiert, unter diesen Umständen, die darauffolgenden Sätze werden besser laufen. Und die zweite Sache ist das Externalisieren. Also es liegt nicht an mir, ich bin nicht das Ereignis. Also so einen gewissen Schutz vor den Gedanken sich erstellt, von wegen, ich bin ein Versager, ich bin zu schwach für diese Lasten und lieber zu sagen, okay, es liegt jetzt an Gründen XY, wie auch immer. Also temporär und limitiert, das war jetzt nur in diesem Moment diese spezifische Situation und ich bin nicht das Ereignis. Es lag daran, wieso das Ganze heute nicht geklappt hat. Heißt, um nochmal das Konzept komplett zusammenzufassen, es geht erstens darum, so viele positive Erfahrungen zu sammeln wie möglich, Erfolge zu sammeln und sich diese regelmäßig vor Augen zu führen und zweitens, negative Erfahrungen emotional zu rationalisieren, externalisieren. Das haben wir zum Thema Selbstvertrauen im Powerlifting. Ich hoffe, das Ganze hat irgendwie gefallen und vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen, die vielleicht auch so ein bisschen mit Selbstvertrauen strugglen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob das Ganze hilfreich war, wie auch immer, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!